Eine Stadt, in der Talente geboren werden. Hab Lars ungebracht. Ich bin so ein Schuss. Ich habe mich hinter dir nach angesucht. Nein. Ich bin gerade angekommen. Ich glaube, ich habe angekommen. Eine Stadt, in der man keinem vertrauen kann. Lars. Ja. Ich weiß noch, das wirkt immer sehr verdächtig. Und eine Stadt, in der der Spaß nicht zu kurz kommt. So ein Lied von den Black Eyed Peas, da war irgend so ein Rap-Partner. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ganz unauffällige Message von Lars. Das und vieles mehr bei Trouble in Terroristown. Bevor das Video jetzt richtig beginnt, möchte ich noch einige YouTuber, mit denen ich dieses kleine Projekt ab und zu überbringe, kurz vorstellen. Zum Ersten gibt es den YouTuber Jawa-Man. Die zweite unter den YouTubern ist die liebe Judith. Und dritter im Bunde ist der wahre Kai. Links zu allen Kanälen natürlich unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Schleißig. Ich bin... Das habe ich immer gemacht damit. Schokolade! 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 Oh mein Gott. Sind jetzt eigentlich schon alle drauf, oder? Ja, ja, ja. Alle, alle, die jetzt... Okay, erste Runde. Richtige Runde. Erste, richtig... okay. Du, das ist die Würze, oder? Ich muss in mein Mental... Unschuldig! Unschuldig! Du hast mich gerade eben getötet, ne? Du hast mich gerade eben getötet, ne? Wer ist? Ey, komm. Ja, nein, ich nehme alles. Mann, ey, so geht das Spiel. Ey, wer ballert hier! Nils ballert! Nils ballert! Nils ballert! Alter, was geht denn los bei euch ab hier, ey? Er ist tot! Nils ballert auf mich! Und ich habe nur einen Sniper! Ich bin am Arsch! Oh! Oh, sorry! 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 Und wo ist Nils? Ja. Oh, scheiße. Ich bin in den Min. Ich habe mich verlaufen. Das habe ich auch schon. Ach, okay. Wer ist Detective? Äh, ich glaube der Nikolai, ne? Ja. Wo ist'n der? Warum redet Nikolai nicht? Der Nils den noch gekriegt? Ja, ich... Warum ist Judith eigentlich Kallett? Weil ich ins Zweiger Kampf bin. Ja, weil der Nils auf die geschossen hat. Und der Nils... Nils ist Traitor. Nils ist Traitor confirmed. Boah, jetzt hör doch mal auf mit dieser scheiß Sniper. Wer liegt denn hier alles? Hier liegen Leichen. Es gibt doch nur eine Tote. Einen Toten. Sorry. Ähm, hier liegen drei Leichen. Es gibt nur ein! Wer kommt mir überhaupt nicht zu? Ich habe immer noch null in meinem Leiter. Ich bin hier! Ach, ich bin auf dem Weg. Oh, ich bin wirklich gefallen. Warte. Oh, Nils liegt hier tot. Wenn ich das mal kurz... Ja, der ist doch schlägst confirmed. Mach doch mal Tatt, du! Achso, Entschuldigung! Tatt ist schon eine ganz schön wichtige Taste. Wenn du auf mich schießt, ne? Ich schieße mich auf dich. Sein Glück. Wer... Wer glaubt ihm, wer nicht? Hallo? Und wer... Wer liegt denn da auf dem Boden, Laura? Kannst du das mal bitte überprüfen? Ich krieg das wieder nicht hin mit meinem Match. Oh, ich... Warte. Warte, warte, warte. Wo seid ihr? Ich trau Judith nicht. Du traust nicht Judith. Okay, Nikolai. Nikolai. Okay, Laura, geh vor. Wir gehen jetzt weiter. Ich mach doch gar nichts, aber ich trau dir nicht. Da war jemand auf jeden Fall aus dem Haus, weil die Scheibe zerdengelt ist. Oder Lars. Ja, ich... War einer von den beiden... Die sind beide unschuldig? Oh, nicht, ne? Oder war einer von den beiden Traitor? Von welchen beiden jetzt? Ah, Laura ist eigentlich nicht so gut in den Shootern, dass ich ihr das zutrauen würde, beide umgebracht zu haben. Was soll das denn jetzt sein? Vielleicht haben die sich auch gegenseitig getötet oder so. Ich wollt grad sagen, weil eigentlich trau ich ihr das nicht so megamäßig gut zu. Wenn ich gleich tot bin, ist es Laura. Okay. Jetzt sind wir auch noch mal beide tot. Ich muss richtig aufstehen grad, aber es geht irgendwie nicht. Aber... Ey, das ist voll komisch. Ich bin... Ich bin unschuldig. Also einer von euch... Zwei von euch drei sind Tra... Sind Traitors. Wieso denn hier? Es war doch Traitor. Es gibt nur einen Traitor hier. Ah, okay. Wer ist hier? Boah, wer ist hier? Wer ist wo? Irgendwer ist hier. In der Mine? Bist du in der Mine? Lars? Lars? Was geht los? Check ma... Wo ist Marketer? Ich bin hier! Ich steh hier. Vor dir. Judith mein ich. Judith mein ich. Ich bin weit weg. Wo seid ihr denn? Ich komme gerne zu euch. Du willst nur, dass wir uns gegenseitig aus... Oh, okay. Ich bin unschuldig. Bei mir ist voll der Scheiß Reflex, aber wenn ich hier die Tür aufmachen, steht einer dann hinterstieg ich mich aus. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich habe diese Map noch nie so gesehen. Ich kann mich gar nicht orientieren. Ich fühle den Löffdorfluss rum. Wow! 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 Oh mein Gott, dein Haus! Bati, hier ist ein Schild, was... Oh, da war nur eine Zielscheibe drauf. Ich dachte... What happened? Wer hat da eine Bombe getendet? Locker der Java. Ne, der Java war meine... Bei mir! Okay, Java ist es. Ich glaube, sie hätte einen Orgasmus oder sowas. Also, so redet die häufiger, wenn sie in meiner Nähe ist. Dann sagt die immer... Hey, Java! Wow, wow, wow! Ja, was? Ja? Ja! 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 Aber vor allem, das war von dem Flug aufgeändert gewesen. Ich bin gestorben und dann kam... Unschuldig! 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 Kannst du das zu ändern? Aber Laura, ich hab dich echt verdächtig. Aber du hast dich ja verstanden. Ich hab dich auch verdächtig, weil du halt schon verletzt warst. Ja, ich bin in ein Feuer gerannt, so wie immer. Das hab ich aber nicht gesehen jetzt. Ich hab sogar noch zu Fake Richtung Nils geschossen, weil ich dachte, Jude checkt das irgendwie. Was? Und verdächtigt mich, weil ich die ganze in der Nähe stand nix gemacht hab, weil sie sich bekriegt haben. Und du bist dann aber gar nicht gesehen. Zwei Leute Traitor, ne? Ja. Ja, ja. Und Nils ist Detective. Okay, also die Traitor könnte schon mal nicht gewinnen. Hallo! 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 Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Der Nikolai ist das bestimmt schon wieder. Was ist das denn? Der Nikolai ist das bestimmt schon wieder. Wenn der so Psycho ist, der ist immer nur das Psycho, wenn man lernt. Psycho! Ich hab grad so einen Zitteranfall. Hilfe! Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ich hab bis jetzt noch keinen Alpha Map schon wieder gefunden. Ui! Okay, da ist der Lars. Wir sind meistens bei diesen zwei Häusern. Ja, was ist das für ein Ding? Sind die Binoculars oder so? Was ist das für ein Ding? Das sind die Fernglas. Ja, Ferngläser, ja. So, langweilige Scheiße. Was mach ich hier? Was mach ich hier, ey? Das war eine langweilige Scheiße! Entschuldigung! So, also Markita. Alles gut! Warum siehst du so verdächtig aus, hm? Warum seht ihr so verdächtig aus, hm? Warum seht ihr so verdächtig aus? Okay. Soll ich den Namen gar nicht schießen? Hallo! Soll ich mich da oben bringen? Hallo! Da ist Nikolai! Oh Gott, nein! Wo? Wo? Oh mein Gott! Lars? Lars ist bei mir? Hallo! Darf ich die Feuergranate in das Haus werfen? Ah, du es! Hallo, ich werde von... Ich wurde grad von Lars sexuell belästigt Detective! Ich hab dir schon was gemacht! Mach mal die Tür da auf, Nikolai! Mach mal die Tür auf! Befehl vom Detective! Boah! Der Nikolai schießt auf mich! Ey! Ey! Ey, ich mach doch gar nichts! Ey, hier wird geballert! Ey, 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 ey! Der Nikolai hat auf mich geschossen! Ey, ey, ey! Laura? Oh! Oh! Weil Nikolai hat sich gerecht gemacht, als ob er erschrocken gewesen wäre. Inwie gibt ihm das ein Alibi, finde ich. Dann war ich Judith. Judith ist tot und unschuldig hier. Oh Gott! Oh Gott! Markita ist es! Nein! Ich mach gar nicht! Ich würde aber auch sagen, sie läuft schon verdächtig hier so rum. Warum sch- Ich bin hier! Okay! Ich weiß nicht! Er schieß mich doch! Er schieß mich doch! Aber ich bin halt unschuldig! Ich- Nicolai wird s- ... Oh! Hä! War jemand in der Bank? Hallo? Ich wollte nur Hallo sagen. Sei doch nicht so aggressiv! Ich bin in meinen eigenen Regenbogen reingelaufen, ne? Nein, das hört mal an einem Spiel wie TTT aus. Ich hab ne neue Hackbiz-Rack. Nils? 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 Lass es? Drück mal dort. Guck nicht mal um Nils, hier ist niemand, sonst hätt ich die schon lange abgeknallt. Drück mal Z, ist voll die coole Eigenschaft. Z. Ja. Soll ich? Nils? Was ist das? Wer ist da hinten? Ey! Mein Muni! Ich bin da! Ich hab meine Waffe geholt. Und hier schwebt nur die Shotgun, verdammt nochmal, das ist richtig krass. Die schwebt ja einfach in der Luft, man. Das ist die heilige Shotgun. Ja! Wow! Wow! Oh Gott, dahint ist wer? Wer ist das? Nils? Nils? Bei den beiden Häusern bei dem großen Baum, kommt mal da her, da ist die heilige Shotgun. Kann man eigentlich die Schilder umschießen? Warte! Wow! Oh! 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 Das ist die heilige Shotgun, Judith. Ich hab mich gekauft. Ich hab mich gekauft. Ich hab mich gekauft. Komm her! Ja warum sollte ich auch? Oh! Oh! Ich will die Shotgun sehen! Da! Da! Da, 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 da! Ja! Laura, das stimmt! Das stimmt, hier, siehst du es? Das ist die heilige Shotgun. Ist das hier wohl eigentlich eine flünftige Waffe? Ich finde die, die heilige Shotgun, das ist die heilige Shotgun. Die leuchtet bei mir so krass, leuchtet die bei euch auch? Ja, das ist was die heilige Shotgun. Rosette, die leuchtet so ein riesiges Brot, der stammt. Bei den großen Baum bei den beiden Häusern. Wo leuchtet die denn? Also bei mir leuchtet die nicht. Bei mir reflektiert die auch so ein bisschen. Ich geh da nicht hin, die wollen ein Regenbogen-Ding zünden. Dietz, ich weiß gar nicht, was du immer vorhast, aber ich bin eigentlich vor... Der Regenbogen-Strauf dieser Heilige Shotgun wäre mega prämisch. Was mir auffällt, ne? Der Patrick hat schon lange nicht mehr geredet. Patrick ist nicht dabei. Der Patrick ist mir gar nicht da. Ja, deswegen ja. Hallo, Dietz. Achso, oh Gott. Nikolai, guck die Heilige Shotgun an. Hier, guck doch mal. Warte, ist er. Judith? Hallo? Heilige Shotgun. Da, Heilige Shotgun. Ich geh lieber weg. Ey, warum hast du deine Waffe da hingeschmissen? Der will die Heilige Shotgun nehmen. Java! Ey, ey, ey. Wer macht das? Der wird auf den Boden geschossen wieder. Ich wollte die Heilige Shotgun defend'n. Und was ist besser als auf den Boden schießen für die Fenden? Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Wer schießt hier? Ich wollt grad sagen, nicht rein, aber du bist Detective. Das ist dein Glückwunsch, der hat sich nicht abgeballert. Nein, ich bin nicht bei euch, weil ich nicht auf diese Förder reinfalle. Also, ich bin klug. Ey, Detective, hab ich die Erlaubnis, Java zu töten? Ey, warum ist Java verletzt? Weil irgendwer von euch auf mich geballert hat, als ich die Shotgun verteidigt hab. Ja, ist klar. Es lebt doch noch jeder. Komm mal, klar in deinem Leben. Ja, aber ich trau dir nicht. Ja, wieso denn nicht? Wir sind doch Freunde. Ich weiß irgendwie nicht so. Warte, das war ein Scherz. Ey. Das war kein Scherz. Durchsuch ihn, durchsuch ihn. Ja, richtig sicher. Okay. Das tut mir leid. Ich... Geh... Ich... Ich schwirn den Fluss runter. Klar, tut's dir leid. Da um der River, lalala. Nikolai, was machen wir mit ihm? Pssst! Was? Ich versteck mich im Gras und beobachte ihn. Okay, ähm, Nikolai, ich bin jetzt im hohen Gras. Wenn du hier reingehst, dann encounterst du mich. Boah, Judith schießt auf dich! Judith schießt auf Nikolai! Ich... Hast du gesehen? Ich hab... Ich hab die Fokus geballert. Boah, und die Makita! Aber die... Ah, verdammt! Die Scheiße! Wir waren voll gut. Wir waren voll gut mit unserer Detektion. Ich erinnere dich zum... Ich bin nochmal wo rum. Ich bin Galileo Mystery. Huuuuhu. Aber Nils, wo warst du eigentlich die Runde? Ich war... Ich war... Ich war in meiner Bed-Ladenhöhle. Pssst! Pssst! Ich bin in dem Haus hier. In der Badewanne. Wenn wer die Tür aufmacht, snallt gleich den weg, weil ich dusch grad. Bin nackt. Du scheiß Kämpfer. Das sag ich auch immer. Das sag ich auch immer. Du, Sir! Also ich... Du sagst du... Also ich... Also ich sag auch immer. Wo seid ihr? Äh, hier ist... Hallo. Ich bin hier. Hallo. Also das ist Laura. Ehm, schieß auf mich! Ich hab auf dich geschossen einfach, um zu gucken ob man durch Fenster schießen kann. Nikolai, komm mal zurück! Aber ich hab dann gesehen, dass du Detective bist. Also hier, ich biete dir meine Waffe an. Oh! Oh Gott! Die Beine auf dich geschossen! Ja, was? Ich hab Laura erschrocken. Hier, willst du meine... meinen Sniper haben? Ich hab ne Sniper, danke. Laura? Ich bin voll erschrocken! Ja, ich bin hier. Oh! Wow! Wo bist du hin? Hallo Judith! Ich bin an der Tür! Ja! Klopf, klopf! Wie ist sie? Lars, ich bin an deiner Seite unschuldig! Laura, Laura, Laura! Ich wollte gerade sagen, Laura! Was denn? Mach keine falsche Bewegung! Warte! Wer bist du? Java? Ja! Ich zieh auf Judith, weil Judith auf Laura zieht. Ja, aber ich... Wenn sie schießen sollte. Ja, ich mach aber nichts. Ich bin unschuldig. Aber Judith kichert schon so ein bisschen. Ich glaub, die ist es. Nein! Das ist schon sehr oft gewesen, leider. Ja, das ist egal, weil Judith... Ey, ey, ey! Der Algorithmus ist so ein bisschen so. Versteck dich nochmal, Nico, und alles ist gut. Judith, was machst du hier drin? Ja, der ist zweiter gewesen. Warte, ja, warte. Lars ist proven. Ja, ich wollte gerade sagen, Lars ist proven. Aber ich wollte ihm jetzt eigentlich hier... Marekai, bist du eigentlich ein Vogel? 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 Aber schön, dass es geht. Jetzt ist gecheckt. Oh, man. Wir haben ein bisschen länger gezündet grad. Ich traue Judith nicht. Ich ziehe die ganze Zeit auf mich auf die Ziele. Nein, ich leute nicht auf die Ziele. Ja, dann geh doch weg jetzt mal hier, Perle. Man kann die Fenster kaputt... Ja, warte! Ich kann einfach... Wow... Das ging daneben, oder? Hat wer überlebt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es vibriert alles. Hä? Was? Ja, was kann fehlen? Ich weiß, wo der Regenbogen ist. In der Regel, 5 Meter zu nah und ich schieße. Ich mach doch gar nicht. Okay, also... Java? LOL Java! Das ist das einzige, was ich geglaubt hab! Und war die Gewehren angezogen, hab ich gehört. Automatisch! Oh Gott! Ich kann hier nicht mehr raus! Ja, doch! Du kannst raus! Da dürfte es theoretisch nichts mehr sein, sonst... Was ist denn jetzt noch? Beinu, jetzt wird es diskant! Denen kann ich trauen, finde ich! Ja, mir kannst du trauen! Jaja, Klamm! Ich bin der Detective, verdammt normal! Ey, warte! Das hab ich noch nicht gesehen! Ich komm da ja... Ich komm aus meiner Bendatenhöhle da ganz hinten! So, warte! Lass checken! Ich schieße auch nicht! Okay, der hat echt noch einen Umriss! Was ist das? Oh, Mario! Oh! 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 So gut gewährt, ey! Ich stumm's! Mann! Gegen eine Tür! Und hab mich durchgegetillt und werde abgeschossen! Lass, es tut mir übrigens sehr leid!